Ey, yo, wo kommt dieses Geräusch hierher? Ist denn kalt? Moment mal, was ist das für ein Geht? Höh? Ey, yo, Markus, was machst du da? Oh, 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 hi! Was ist das für eine Kiste? Seitdem Borsai weg ist, vermisse ich ihn. Und da hab ich mir gedacht, baue ich mir einen neuen Freund. Und deswegen machst du eine Kiste? Nein, nein, es geht nicht um die Kiste, es geht darum, was drinne ist. Und was ist da drin? Hier, schau selbst. Höh? Junge, was ist das? Ist das ein Roboterhund? Ja. Und was ist sein Name? Das kann ich dir sogar selber sagen. Okay, was ist dein Name? Mein Name ist Aaron. Was hat er gesagt? Sein Name ist Aaron. Aaron? Aaron. Was ist ein Aaron, der ich hab noch nie so einen blöden Namen gehört? Oha, aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen Eisen holen, um ihn zu füttern. Bis gleich. Junge, Aaron, oder wie du auch heißt, Junge, ich werd dich niemals akzeptieren. Ich werde jeden Menschen auf dieser Erde vernichten und über dieses Land herrschen. Das Ende der Menschheit naht. Ha, ha, äh, ich meine, wuff. Ey, yo, niemals. Jetzt auf dich passe ich nicht auf. Was ist das für ein kranker Hunden? Fuckos.